hallo hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen folge von bussimulator 2018 schön dass ihr eingestellt habt wir legen auch gleich los und zwar haben wir jetzt unsere neue strecken geplant und wir werden diese heute testen fahren und zwar ausgiebig so führerstand licht aus wir haben es ist helllichter tag und überall glüht das licht war der kassierdings kann man unglaublich so viel licht braucht keiner fahren wir anbremse raus gang rein gas geben sondern erwartet schon die erste kunstschaft hallo ich fühle mich plötzlich so niedrig in dem bus ist aber echt bei so gehen wir sind hier voll niedrig in dem bus immer gleich sein sitz höher machen zwei standard jawohl tag standard zwei drücken bezahlen zu 60 mein lieber er kriegt richten zurück student tag jawohl für den tag drücken einmal 4 60 kriegst du zurück bitteschön einzelstern nein das ist voll verwirren dass das so komisch sortiert ist warum kann man das nicht einfach die richtige reihenfolge setzen ich glaube ich hätte zwei tippen müssen das war kann das problem oder der rest der durch gepasst kam zu 60 drücken zurück ich bin ja gespannt die strecke verbindet im prinzip zwei gebiete miteinander ein neues gebiet wo wir noch nicht waren hallo was macht er was macht er denn jetzt macht ein wahrblinker was macht er denn hallo vorfahrtsstraße dafür bis jetzt vor mich gefahren oder hast du holen scheiße du ja ohne scheiß was ist das fahr doch jetzt fährt er wo grad plötzlich lauter autos auf der straße sind das ist für ein klug stein wir müssen ja keine aus das ist für klug stein gewesen das ist für ein klug stein 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 6 alles in euro müssen du knödel du so einsteller 1 2 3 3 zurück zu lenker setzen los geht's next one waren jetzt immer um die bolle rum also wer wenn da mal welche sein so dass der west speichern öffnet sich eine tagesfahrkarte standard einfach 380 uhr heißt die die münzen gar nicht zehn jahre einzeln wollen mich heute alle verarschen oder was was machen die denn da also was am stecken die leute blinker ab ins neue gebiet zu glück ist mein sonntag naja nicht ganz erstmal kommt samstag richtig richtig das hat er gemeint was das geräusch oder was den kreisverkehr den kennen wir ja denn da waren wir ja schon mal dankeschön klinger korrekt gesetzt so ist es hab ich bremst doch nicht so jetzt gibt der gas wie als wenn er gestochen wurde was eine band die aussieht wie als würde sie schlafen das ist was neues hier muss man nicht halten heute ist 70 also fahrt auch 70 das war ein schluch ein schlackloch so da waren wir noch nicht also hier rechts hier soll jetzt irgendwo eine bushaltestelle sein ja wo ist das schlackloch erwischt was soll es zumachen schön rasend ja wie geil zu früh echt ich gehe nicht Tür auf ist immer wohl zu schnell muss man hier wohl jetzt ein bisschen warten schlackloch kann man zu früh können wir mal eine runde aussteigen oder so rauchen ich bin zwar kein raucher aber da könnte man eine rauchen ich habe mich mal vor der busfahrer steigt aus und rennt so weg ich glaube jeder würde dann aus dem bus ganz schnell aussteigen und weglaufen weil er wahrscheinlich denkt der bus explodiert gleich oder irgendwie sowas hallo mein name ist peter wie ist dein name orange juice aber wie bereits zurück zum bus ich glaube es geht weiter der gesetzten türen zu gas geben wir sind immer noch zu früh 70 da wird man jetzt mal richtig gas geben vor uns ist auch keiner happy to me schafft der bus gar nicht ok ok es ist dann aus als hätten sie geschlafen okay andere meinung okay es sollte man da auch mal hingehen so jetzt kurz warten das macht schon echt laune hier das ist schon geil hier im link grad bis den bus fahren die stadt entdecken das macht schon so müssen hier links wir machen das natürlich nicht so leppert wie die anderen wir fahren nämlich einfach das ist nämlich ein großes problem viele trauen sich nicht zu fahren und dann passiert da nichts dann kann man da kann man auch nicht darauf hoffen dass man rausgelassen wird eine solche stark gefahrenen straßen muss ich auch mal was trauen vorfahrt gewähren heißt ja natürlich vorfahrt gewähren aber muss ich so ein bisschen ran tasten und dann im normalfall sagt dann der instinkt von einem menschen da will einer raus bremsen war mal der steht nämlich schon halb auf der straße funktioniert als berufskraft fahrer sollte man das wissen kostet das alles sehr 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 viel zeit zeit ist als berufskraft fahrer eine der wichtigsten dinge im leben und da habe ich nie gesagt so für zu es geht ich habe strecke beendet okay schlag noch dran erfahren ja aber das kann das kann ich nichts der war im weg schlag noch scheiß werden die strecken im rundfahrt modus fahren sollen haben wir nicht gemacht können bis 9 bus ich würde gerne neuen bus kaufen shop ich würde gern hier den man kaufen der kostet 270.000 was ist wenn ich dir dann kommt es in windows wenn das dennoch ein bisschen bankrotten okay ja gut das kriege ich hin so da haben wir nämlich nur ein bus geil neuer bus gefällig sondern weiß und blau skin das da so die können wir mal keine drauf anwenden dann kann man nein nicht da kann man nur neuen angestellten holen die sandra glaubt allen ernst dass alle frösche grün sind mark mystery kris und romantische romane hat ein karpfen teich im garten schön keinerlei erfahrung als busfahrer hat ein karpfen teich wie alle plötzlich karten die welt stünde am scheitepunkt sein geht gerne am strandspersen fährt echt gern bus kann freihändig fahrrad fahren hubert du bist unser mann sehr gut hubert ist unser mann definitiv so strecken dann kann man nämlich hier fahrrad zuweisen so dann machen wir die zweite machen wir mal hier so dämmerung probieren wir mal ein bisschen was heute aus nein 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 falscher bus falscher bus ladies and gentlemen jetzt nicht so dramatisch gewesen aber ich weiß nicht wie das ist ob dann der andere busfahrer einen bus hat wenn ich seinen bus nehmen kann der ja nicht mit dem bus fahren klick und ruprecht jetzt stimmt alles so wir beginnen in der city kennen wir ja noch nicht so viel was ich dachte das zeitung so sieht es aus als würde der zeitung lesen schöner bus so so kenne ich auch bus bus ist gut fenster wissen wissen aufmachen so gang rein warte mal licht aus aus das kommt von mir aus anbleiben parkfahrt so so lässt es genießen so in dem sitzen wir auch recht hoch oder klingt aber geil das könnte vielleicht mal einer meiner lieblingsbüste werden der fährt sich gut also was ich bis jetzt sehen konnte standard woche ja lady für dich von mir aus umsonst wow ist das ein neuer bus ja es ist ein neuer bus den sich saug geleistet hat dafür geht er bald bankrott so türen zu knappe zu affe tot linker blinker spiegel schulterblick wie er runter gebremst hat dankeschön fürs warten und let's go so wo er fährt sich aber angenehm finde ich klingt auch geil schau mal noch kann ich ja noch weiß ich ja nicht so viel was nett aus Gas geben! Ja, ich hab einfach rausziehen. So. Die warten doch eh schon alle. Oh Mist. Ich hab vergessen, dass Abendessen einzukommen. Oh. Gibt's nur Pizza? Ist ja auch okay. Genau, was mit euch? Oh, wie das quietscht und so geil, gell? Für den neuen Bus ein bisschen komisch, aber... Winter der Leidenschaft zu gucken. Aha. Das ist ja mal... Ich glaub, das ist so eine Anspielung auf Game of Thrones. Kann das sein? Ich glaub, das ist so eine Anspielung. Winter der Leidenschaft. Game of Thrones. Ich würde ja auch hier so in der Eiszeit gehen. Hallo. Mein Gott. Ich bin ja mitten auf der Straße, der Glödel. Tja, gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die hab ich auch gesehen. An der rosa Kuh? War die im Supermarkt oder was? Und gab's eine Milka-Schokolade? Dann weiß ich wieso. Oh, die Sonne scheint! Im echten Leben nicht. Der klingt ziemlich cool, der Bus. Hä? Wieso? Wieso? Nö! Ja, nee! Nö, das seh ich jetzt gar nicht ein! Hinterher! Das seh ich jetzt gar nicht ein! Er ist rausgefahren! Ich hab Vorfahrt! Hallo! Warum muss ich dafür jetzt 900... Der ist vor allem... Vor allem ist der jetzt abgehauen, der Sackgesicht. Er ist doch rausgefahren! Wieso muss ich dafür bezahlen? In welchem Land leben wir? Das verstehe ich jetzt nicht! Warum muss ich dafür was zahlen? Ich würde dir die Karte schenken, wenn du willst. Das ist doch scheiße! Ja, der Bus ist neu, oder? Ja, der Bus ist neu. Dankeschön! Gefällt mir auch gut. Das ärgert mich! Ohne Scheiß! Das ist doch scheiße! Mein Schlaglöcher ist eine Sache, aber wenn man... Oder wenn man selber irgendwo zu blöd ist und dagegen fährt... Diese Schlaglöcher, da muss ich aufpassen. Hier ist, glaube ich, einer. Dann ist das eine Sache. Dann kann man sagen, okay, hab ich halt verkackt. Aber ich seh es nicht ein... ...für einen Fehler von anderen zu zahlen. Was ist das? Das ist ja wohl nicht normal. Ah, der Kollege! Das sitzt jetzt einer drin. Wisst ihr noch? Letzte Folge, da saß keiner drin. Da war einfach niemand drin. Das ist einfach so gefahren, aus Spaß. Auto, Nummer, Bus war das gewesen. Vielleicht fährt der Bus, wenn man keinen Fahrer reinsetzt, alleine. Wir werden mal drauf achten. Einzel, Standard, Tag. So, 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 Zepfenglotscher. Ohne Scheiß. So, das darf nicht sein. Hier muss ich raus. Oh. Besonders, die Stelle ist noch weit weg. So, den Bereich kennen wir an. Was war denn das? Das ist eine Bodenschwelle, wo gerade das 70er-Shield steht. Hallo? Zum Glück ist bald Sonntag. Das ist ja wie, als wenn man auf die Autobahn eine Bodenschwelle sagt. So, Sie dürfen jetzt so schnell fahren, wie Sie wollen. Aber wir wollen zur Sicherheit eine Bodenschwelle hin, damit Sie nicht so schnell fahren. Wobei ich das sogar den Deutschen hier zutrauen würde. Aber was ist das? Das kann ja wohl nicht normal sein. Ich würde gucken. Ich würde gucken. Weil wir haben da Sonnenrollos. Mich würde es nicht wundern, wenn die Entwickler so geil drauf sind, dass sie da so... Ja! Wahnsinn. Ich weiß zwar nicht, wo der Punkt... Ah, da. Wie geil. Man muss ein bisschen rumfrebeln, aber es geht. Wahnsinn, oder? Sonnenrollo. Einfach so. Wie geil. Weil ich... Wir wurden gerade so geblendet und ich habe mir gedacht, ich werde mit euch die Spiele entwickeln, das sind so klug und machen Sonnenrollos rein. Ah, jetzt... Jetzt hat man auch einen Punkt. Wenn man fährt, hat man keinen Punkt. Also das soll man eigentlich im Stand machen, am besten. Tag, Standard, eine. Senior. Wieso? Sie sehen noch so knackig aus. Ich weiß gar nicht, wieso. Sie sehen ihre Karte. Das kaufe ich jetzt aber nicht. Ja, hör doch auf, so zu schmeicheln. Na, sie sind mir ein Schameer. So. Was? Einzel Senior. Okay, wenn sie mir so viel Geld geben, wenn die Karte nur so wenig kostet. Danke. Da ist ja die Arbeitszeit günstiger. Wenn ich einfach sage, ach, wissen Sie was? Nicht verhalten, ist gut. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Welt hat ausgesehen, als würde sie schlafen. Furchtbar. Hey. Hey, du da. Machen wir Battle, oder? Jetzt fau... Ah! Geh weg! Wir machen ein Rennen! Komm! Gib Gas! Oh! Scheiße. Du bist... Du bist... Du bist schneller! Schade. Ich hätte gewinnen können. Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Gutes Rennen. So. Aussteigen! Werden Sie bald wieder die Xaukerne-Verkehrsbetriebe? Wiedersehen. So. So. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Also Ihnen würde ich sofort eine Senior-Karte verkaufen. Wie wär's? Willst du auf die Fresse, oder was? Was soll das als Senior? Hoch meine Zähne! So. Okay. Okay. Turn zu. Dankeschön! Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Wer war das? Der Rentner? Moment. Ist das überhaupt der richtige Bus? Was? Fliesenliga-Straße? Fliesen... 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 Wie heißt die Straße? Fliesen... Ach, Schienenliga. Okay. Schauen wir mal jetzt mit dem Rollo runter, ne? Das ist geil. Schauen wir mal. So blendet? So nicht. Das ist geil. Wahnsinn. Man, alles haben die entwickelt. Bunsch will überfahren. Was soll ich machen? Drüber gleiten, oder was? Was ist das für ein Käse? Ich kann doch nicht jedes Mal auf Null runterbremsen. Nächstes Mal fahre ich da Vollgas drüber. Ist mir jetzt... Ah, egal. So, Endstation, Ladies and Channel, bald bitte beherrscht uns bald wieder. Auf Wiedersehen! Oh, was ist denn da lauscht? Tschüss! Ciao! Oh, ich habe mehr. So. Müll, natürlich. So, ich hatte jemanden Müll hinterlassen, da. Am Boden, oh Mann. Auch mal was Neues. So, mehr dick nicht rum. Schöner Bus. Oh, wir haben sogar hinten eine Tür. Ach so! Beim hinten auch eine Tür. Schauen wir mal kurz. Beim hinten auch eine Tür, Leute. Okay. Ja, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird auf alles. Löck da los. Wow! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!